Hey, das macht Spaß! Los geht's! Ich bin unterwegs nach Mainz zu der Ausfahrt, die der Heiko Früchtl organisiert hat. Wir haben im Moment 11 indische Grad, das heißt, es sind so fünf echte und tatsächlich habe ich mich jetzt entschlossen, dahin auf der Autobahn zu fahren und einfach ein bisschen Zeit zu sparen und das richtige Genussfahren fängt dann da an. Das heißt, ich melde mich dann, wenn ich da bin, weil Autobahn, das ist nicht so interessant. Bis später! So, die letzten Meter. Zwischendurch war Nebel, es war kalt, aber es wird hier fast mit jedem Meter wärmer. Oh, ein Fremdfabrikat. Juhu, Moishe! Wenn ich in Rente, wenn das Geschäft, wenn Haus bezahlt, alles immer, wenn, 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 wenn. So ein schöner Motorrad. Normalerweise. Normalerweise. Ja, ja. Ja, immer noch besser als Jibflops. Jibflops, das ist das Normale, was ich jetzt mache. Ich habe auch kein Head. Jetzt muss ich mal kurz wieder. Oder ich... Jeder am Motorrad, das können wir ja nachher machen. Ja. Generell zu dem Fahren selbst. Ich weiß ja nie, ob schon jemand mitgefahren ist, welche Erfahrung etc. Deswegen immer so der kleine Disclaimer vorneweg. Wir fahren alle in Position. Das heißt, wir fahren versetzt. Wenn wir das können, in den Kurven natürlich nicht. Jeder hat seine feste Position. Keiner überholt. Es gibt einen, der hinten fährt. Der Lumpensammler. Ja. Den habe ich immer schön im Auge. Der hat glücklicherweise ein rotes Moped. Den sehe ich gut. Ich sage mal, ansonsten fahren wir natürlich so, dass jeder mitfahren kann. Wir fahren keine Rennen oder sowas. Ja. Wir versuchen natürlich auch alle noch irgendwo über die Kreuzung rüber zu kommen. Das heißt also wirklich, wenn es gelb ist, ist das noch nicht grün. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Dass wir es wirklich alle auch ein Stück weit packen. Und das heißt auch kompakt fahren. Also nicht schauen, dass wir einfach mal die Reihe so weit aufreißen. Ja. Das können wir uns erlauben, wenn wir wirklich in Formation fahren, dass wir alle ein bisschen kompakter fahren. Sonst kommen wir nirgendwo drüber. Und sollte was abreisen, selbstverständlich fahre ich dann ran. Ja. Sodass wir uns sammeln und dann direkt wieder rein. Und halten dann auch wieder die Reihenfolge. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß haben bei der ganzen Geschichte. Und wenn eben etwas ist, anfahren von mir aus. Wir sehen das ja dann. Und dann werden wir alle uns auch wieder sammeln. Ja. Das war's schon. Ich würde mal sagen, viel Spaß. Wir fahren jetzt ein Stückchen, ein kleines Stückchen Autobahn. Anders geht's nicht, denn wir müssen über den Rhein drüber kommen. Ja. Das heißt, wir fahren über die Schiersteiner, fahren dann aber sofort ab. Und dann geht's mitten in die Malachai, wie es so schön heißt. Ciao. Ich weiß, whales sind. Das heißt, Quizindi hat vielleicht denrucken hat. Vielleicht ist der Jorge literally noch motor? Das ist schon Goodnight. Likes. Das ist Kornflug. Ich habe中国 mit Nachmittag closet. Kein an den Rzeichen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020